Tag 787. Heute gibt es viele Nachrichten aus dem Raum Charkiv. Hier haben die ukrainischen Streitkräfte eine umfangreiche Angriffskampagne gegen russische Truppenkonzentrationen eingeleitet, um zu verhindern, dass sich russische Angriffskräfte in der Region ansammeln, die den Russen die Möglichkeit geben könnten, eine Offensive in der Region Charkiv einzuleiten. Dies war eine direkte Reaktion auf die zunehmende Intensität der russischen Angriffe in der Region sowie auf verdächtige Umstrukturierungen des russischen Militärs. Erstens hat das russische Verteidigungsministerium vor kurzem einen neuen Raum Belgorod in seine Lageberichte aufgenommen. Zweitens hat das russische Verteidigungsministerium vor kurzem die Streitkräftegruppe Nord geschaffen, die genau in dieser Region angesiedelt ist. Was ein weiteres Indiz dafür ist, dass die Russen eine Offensive in Charkiv in Betracht ziehen und sie starten werden, wenn die Ukrainer Schwäche zeigen. Der erste Schritt wurde von den Russen unternommen, indem sie in den letzten Wochen ihre Angriffe auf militärische und zivile Ziele in der gesamten Region Charkiv und in der Hauptstadt selbst deutlich verstärkt haben, wobei sie den katastrophalen Zustand der ukrainischen Luftabwehr ausnutzen. Geolokalisiertes Filmmaterial zeigt russische Angriffe auf verschiedene ukrainische Ziele. Das erste Video zeigt die Zerstörung von zwei MLRS-Raketenwerfern, die sich in der Stadt Charkiv befinden. Da Sekundärexplosionen zu verzeichnen waren, standen die Raketenwerfer offenbar kurz davor, in den Kampfmodus überzugehen. Auch die Angriffe mit russischer Streumunition haben deutlich zugenommen, insbesondere mit Lancet-Systemen. Mehrere Videos zeigen Treffer auf ukrainische Einrichtungen wie Artilleriegeschütze und vor allem eine ukrainische P-18-Radaranlage sowjetischer Herkunft. Die Analyse der von den russischen Streitkräften getroffenen Ziele deutet darauf hin, dass das Ziel dieser Angriffe in erster Linie darin bestand, die Feuerkraft der ukrainischen Artillerie zu schwächen und damit eine mögliche Truppenaufstockung in Grenznähe zu ermöglichen. Die Ukrainer reagierten im Gegenzug und starteten eine intensive Präventivkampagne auf russischem Gebiet, die durch den russischen Mangel an Flugabwehrsystemen begünstigt wurde. Die Ukrainer verlassen sich auf bessere Aufklärungsmöglichkeiten und mehrere geolokalisierte Videos zeigen Einschläge an verschiedenen Orten in der Nähe der Grenze. Das erste Video zeigt die Zerstörung eines versteckten T-72-Panzers sowie eines MTL-B-Infanteriefahrzeugs. Das gesamte Filmmaterial verdeutlicht, dass sich die Armee weiterhin hauptsächlich auf Drohnenangriffe verlässt, was angesichts des kritischen Mangels an Artilleriemunition zu erwarten war. Wie viele Analysten jedoch feststellten, können Drohnen nur eine partielle und kurzfristige Lösung sein, da sie in Bezug auf Reichweite, Nutzlast und die Anfälligkeit gegen elektronische Kampfführungssysteme verschiedene Einschränkungen aufweisen. Später folgende Videos zeigen Angriffe auf einen russischen UAZ-Buchanka-Kleinbus, eine Pol-21-Antenne zur elektronischen Kampfführung und verschiedene andere militärische Transportfahrzeuge sowie ein russisches Murom-M-Überwachungssystem. Das letzte Video zeigt den Aufprall einer Drohne auf einen BM-27-Uragan-Mehrfachraketenwerfer während der Fahrt. Eine Analyse der von den ukrainischen Streitkräften getroffenen Ziele deutet darauf hin, dass das Ziel dieser Angriffe vor allem darin bestand, Truppenkonzentrationen, Logistikelemente und andere Überwachungseinrichtungen wie Beobachtungsposten zu treffen, sodass die Ukrainer wohl gerade versuchen, die Konzentration von Streitkräften in der Nähe der Grenze zu stoppen. Analysten des Institute for the Study of War erklärten kürzlich, dass die Bedrohung durch eine mögliche russische Offensive auf die Städte Kharkiv oder Sumi die ukrainischen Befehlshaber bereits dazu zwingt, einen Teil der begrenzten ukrainischen Ressourcen für den Bau zusätzlicher Verteidigungsanlagen umzuschichten. Unabhängig davon, ob diese hypothetische Offensive erfolgreich wäre oder nicht, könnte sie zumindest zu einer angespannten Situation führen, die andere Bereiche der Frontlinie erheblich beeinträchtigen würde. Die Tatsache, dass die russischen Streitkräfte die Initiative auf dem gesamten Kriegsschauplatz ergriffen haben, gibt ihnen die Möglichkeit, in fast jedem Bereich der Frontlinie opportunistische Offensiven durchzuführen. Schließlich fügte das Institute for the Study of War hinzu, dass sich das Zeitfenster für die Durchführung entscheidender Offensiven vor dem Eintreffen westlicher Unterstützung schließt, was daraufhin deutet, dass die russischen Streitkräfte in den nächsten Wochen versuchen könnten, die Situation zu nutzen, um an verschiedenen Punkten entlang der Frontlinie bedeutende Durchbrüche zu erzielen. Insgesamt bleibt die Lage in der Region Kharkiv und ihrer Hauptstadt kompliziert. Die russischen Streitkräfte nutzen den Mangel an Flugabwehr, um alle Arten von Zielen anzugreifen, wobei sie den ukrainischen Artilleriesystemen den Vorrang gaben, um ihren Truppen die Möglichkeit zu geben, sich in Grenznähe zu sammeln. Die ukrainischen Streitkräfte versuchten ihrerseits, die russischen Operationen und Logistikeinrichtungen zu schwächen, indem sie ihre besten Aufklärungssysteme und Drohnen einsetzten, um Ziele im gesamten Grenzgebiet anzugreifen. Letztlich verzögerten sie den Aufbau der russischen Streitkräfte so weit wie möglich. Die bemerkenswerte Leistung der ukrainischen Streitkräfte unter akuter Ressourcenknappheit lässt auf weitaus bessere Ergebnisse hoffen, sobald die Blockaden für das Eintreffen weiterer westlicher Hilfe endlich beseitigt sind. Angesichts der ständigen Bot-Angriffe auf die Reporting from Ukraine-Kanäle bitten wir euch, unsere Arbeit auf Patreon zu unterstützen. Da YouTube vor kurzem mehr als die Hälfte unserer Kanäle abgeschaltet hat, können wir uns finanziell nicht mehr allein auf YouTube verlassen. Reporting from Ukraine besteht aus einem Team von Menschen, die Vollzeit arbeiten, um euch diese täglichen Lageberichte zu liefern. Eure Unterstützung auf Patreon gibt uns die nötige finanzielle Stabilität, um diese Berichte weiterhin zu produzieren. Als Dankeschön an alle, die unserem Patreon-Kanal beitreten, veröffentlichen wir jede Woche eine exklusive strategische Analyse über den Krieg in der Ukraine. Der Link zu unserer Patreon-Seite befindet sich in der Beschreibung. Vielen Dank an alle, die unsere Arbeit kontinuierlich unterstützen. Vielen Dank.